in Israel, Minister Galant. Er betonte, dass ein Angriff in der Region nicht zur Deeskalation beitragen würde und dass die USA eine Lösung durch Waffenstillstandsvereinbarungen anstreben. Dennoch haben die Vereinigten Staaten die Fähigkeit, ihre Interessen in der Region zu schützen und Israel zu verteidigen. Die zusätzlichen Truppen werden Mitglieder der Jagdflugzeugeinheiten F5E Strike Eagle, F16, A10 und F22 sowie begleitende Teams zur Unterstützung umfassen. Diese Jagdflugzeuge sollen Einheiten ersetzen, die bereits im Nahen Osten stationiert sind. Die dort stationierten und die neuen Einheiten werden nun zusammenbleiben, um die Luftkampfkraft in der Region zu verdoppeln. Am Sonntag kündigte der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin außerdem an, dass er den Aufenthalt des US-Flugzeugträgers USS Abraham Lincoln und der begleitenden Einheiten in der Region vorübergehend verlängern werde. Singh stellte klar, dass die Flugzeuge nicht dort sind, um bei möglichen Evakuierungen zu helfen, sondern um die amerikanischen Streitkräfte zu schützen. Das war die Flugzeuge, die Flugzeuge nicht dort sind. Das war die Flugzeuge nicht dort. Vielen Dank.